Haga Care Maschinen made in Germany. Für beste Care Leistung, einfachste Handhabung und höchste Qualität aus Tradition. Die Haga Care Systeme der 400er und 600er Serie bieten für jeden Einsatzbereich das optimale Reinigungswerkzeug. Die professionellen Care Systeme der 400er und 600er Serie sind mit dem patentierten Haga Turbo Care System ausgestattet und bieten maximale Flexibilität für jeden Einsatzbereich. Von der privaten, manuellen Anwendung bis hin zur akkubetriebenen, professionellen Großflächenreinigung. Das patentierte Haga iSweep Turbo Care System ermöglicht dabei ein perfektes Reinigungsergebnis. Mit nur einer Überfahrt wird die doppelte Care Leistung erzielt. Das Tellerbesensystem wird hierbei zusätzlich mit einer dahinterliegenden Feinschmutzkehrwalze erweitert. Kehren Sie mühelos feinen und groben Schmutz, egal ob trocken oder nass. Die Haga iSweep Tellerbesentechnik nimmt den Schmutz schon vor der Maschine auf. Im Gegensatz zu anderen Kehrgeräten behindern kein störendes Frontrad oder Gummilippe die Schmutzaufnahme. Zwei speziell gegenläufig drehende Tellerbesen heben das Kehrgut an und schieben dieses direkt in den Kehrgutbehälter. Zudem wird eine doppelte Kehrleistung durch die Feinschmutzkehrwalze erreicht, die feineres Kehrgut hinter den Tellerbesen aufnimmt und in den Behälter transportiert. Die Kehrsysteme der 400er und 600er Serie sind mit der patentierten iSweep Tellerbesentechnik ausgestattet. Die speziell entwickelte Antriebskupplung gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit. Das schmutzgeschützte Getriebe und der formschlüssige Aufbau verhindert, dass äußere Einflüsse wie Staubschmutz oder Nässe der Kupplung etwas anhaben können. Darüber hinaus sind die Maschinen der 400er und 600er Serie mit zwei Spezialfiltern ausgestattet. Innerhalb der Maschine wird die staubhaltige Luft durch diese Filter gesäubert und in Verbindung mit den umlaufenden Dichtlippen verringert dies die Staubbelastung des Bedieners. Die stufenlose Bürstenhöhenverstellung sorgt für optimale Reinigungsleistung auf unterschiedlichen Böden und kann komfortabel über den großen Drehschalter eingestellt werden. Durch die überstehenden Tellerbesen und den einstellbaren Niederhalter, der die Borsten zusätzlich nach unten drückt, kehrt man jeden Schmutz aus den Ecken. Die seitliche Führungsrolle ermöglicht randnahes Kehren entlang von Randsteinen oder Wänden und schützt sowohl diese Flächen als auch die Maschine vor Beschädigungen oder Kratzern. Die Kehrsysteme der 400er und 600er Serie bietet optimale Einsatzbarkeit in allen Bereichen, ob Tankstellen, Lager- oder Fertigungshallen, Werkstätten, landwirtschaftliche Betriebe oder Parkplätze. Das Ergebnis höchste Sauberkeit für den gewerblichen Einsatz für bis zu 3000 Quadratmeter große Flächen. Selbst enge Räume und Gänge können problemlos gereinigt werden. Der große Kehrgutbehälter kann spielend leicht entnommen und entleert werden. Der wartungsfreie Akku der 600er Serie wird über das externe Netzteil und Ladekabel über die Ladebuchse einfach wieder aufgeladen. Der Schiebebügel kann je nach Körpergröße des Bedieners entweder mit dem ergonomisch abgewinkelten Griffbereich nach oben oder unten montiert werden, ohne Werkzeug. Mittels Tragegriff lässt sich das Gerät einfach transportieren oder mit demontiertem Schiebebügel im Fahrzeug verstauen. Nach getaner Arbeit platzsparend positionieren, ohne dass der bereits aufgekehrte Schmutz herausfällt. Perfekte Sauberkeit auch bei der Lagerung. Die Hager 600 Kehrsysteme mit Akku-Power und die Hager 400 Serie mit Turbo-Kehrsystem garantieren beste Reinigungsergebnisse bei herausragender Qualität und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Hager Kehrsysteme mit dem patentierten iSweep Tellerbesen-Kehrsystem. Hager – Quality made in Germany A siempre Mten Sachver Testament K. schlechter K. dá K. C.